Jetzt muss ich aber gestehen, habe ich komplett den Überblick verloren, wo wir, wo wir waren, wo wir nicht waren. Ich habe sogar noch einen Überblick. Okay, da geht es auch noch wieder. Aber hier geht es noch weiter, tatsächlich nicht. Okay, dann zeig mal, wo es lang geht. Ich bin ein Boss, weil es da ja weiterging. Aber wir müssen da trotzdem weiter. Okay. Dann zeig jetzt mal, endlich, wo es weitergeht. Ich bin schon mehr als gespannt. Viel Spaß bei dem Jump'n'Run-Ponder. Hier geht es gar nicht weiter. Seid seit wie vielen Minuten Probleme hinzukommen? Hallo. Du siehst ja nett aus. Creepy. Na, was war das hier? Keine Ahnung, was du machen wolltest, aber... Oh, hallo? Omae wa mou shindeiru. NANI? Der ist ein bisschen betrunken, habe ich das Gefühl. Au, au, au! Okay, ich nehme es zurück! Oh mein Gott! Ah, er macht... Bumm. Okay, er hat sich gebufft. Er ist... Okay. Okay, okay. Okay. Oje. Doch, Jump'n'Run, ich sehe schon. Oje. Uppf. Wie geht es lang und zwar weit? Oh mein Gott. Ich kann... Ne, ich kann nicht springen, wenn ich eine Schräge hochlaufe, wie es aussieht. Ne, ich kann nicht springen. Haaa... Okay. Okay, okay, so geht es auch. Ist gut. Bist du hoch, komm. Ja, aber ich... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich doch nicht. Schwerwerfen ist feil, gell? Ah. Schu... Zwölf Sekunden später. Hier ist glaub ein bisschen... Ist das gut? Ja. Ist doch zu hoch. Flick. Ah. Hey, cool. Okay. Keine Ahnung, ob das gewor... Es war an diesem Moment, dass er wusste, dass er sich verbrannt hat. Volt ist... Au. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich mal schauen, was der schnellste Weg zu dir ist. Es gibt ja noch keine Schnellreise und kein Nix. Heißt, ich werde einfach... Ich muss einfach durchs komplette Gebiet durchkennen, ne? Ja, ja, ja. Okay, bin da. Hier, warte, ich hab' den Eid. Äh, wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Da, wo du eben standest. Du standst eben hier und warst zu... Ich weiß, wie's weitergeht. Ah, ja, komm, 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 komm. Ich komme, ich komme, ich komme. Lass mal, lass mal eklopieren hier. Gucken, was uns folgt. Der Boss ist hier, dann lass mal den Boss schnell töten, wir müssen da ja hoch. Äh, ja, dann lass mich kurz was trinken. Oh, da ist ein Speer. Au, 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 ist sehr gut, ist sehr gut. Au, 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 au. Ich kann ja mich um den Speer tun. Ah, ich bin tot. Okay. Ähm, ja, der hat mich... Du sollst ja hier respawnen, also an dem Stein, wenn du angegangen bist. Ähm, ne, bin ich nicht. Ah, shit. Here we go again. Hey, hey, boy. Wollen wir hier einfach runter? Und dann... Ja. Ich meine, an sich ist die Richtung... Runter ist die richtige Richtung. Also... Ja. Äh, ähnlich wie in meinem Leben, einfach nur bergab. Nein. Okay. That's the spirit. Au. Au. Was bist du denn für ein Wallhacker? Und da... Yeah. I'm here. Oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Oh. Hilfe. Lass es mich, ich will nicht laufen. Na. Au. Guck mal da unten. Ja, das ist wieder so ein... Du springst hin und du kommst nicht mehr zurück, Alter. Ja. Ich würde sagen, wir gucken erst mal hier fertig. Aber wir haben ja unten alles geklirrt, also im Prinzip müssen wir nur hochlaufen. Okay. Bist du in den Tod gesprungen? Ja. Oh Mann. Weißt du, vor allem in dem Moment, wo ich sage, dein Greed ist unglaublich, stirbst du an deinem Greed. Alle sind weg? Ja. Willkommen in meiner Welt. Haha. Wow. Jetzt ist so ruhig. Ja, Panna. Gisst du schon? Oh, oh, hinterher. Alter, ich muss mir angewöhnen, nicht sofort über einzeln laufen, sondern vielleicht um die Ecke zu gucken. Ja, ja. Ich gucke mir erst mal das Alphine hier. Achso, weil ich... Oh, okay, vergiss. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Ja, einfach nach unten. Genau. Da bist du dann aufs Tal. Am besten links langlaufen im Tal. Links? Da bist du nicht an die Hunde. Äh, du meinst rechts. Es gibt kein links. Links kommt man den Berg nicht hoch. Ja, so links am Berg lang halt. Durchs Tal meint man. Ja, ich werde gerade schon umgebracht. Bist du schon verflügelt? Ich bin gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Garst du schon. пропartieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020